Vanus Er braucht einen Stift Der Stift Diese Stadt, ihr Zentrum, ist das System. Und dieses System hat Stufen. Und diese Stufen haben ein Reichgewicht. Und wer hält das stabil? Eine Handvoll Älter. Das ist die Rauchmünde der ganzen Welt. Wenn ein Amt fällt, so fallen alle. Ich bin gekommen, um sein Leben zu finden. Ich möchte eine Kurzsahne, die es erschafft werden. Was haben Sie gesagt? Ich möchte eine Kurzsahne werden. Wieso? Ich habe kein Recht, das Gefühl zu reden. Und ich weiß nicht warum. Würde ich nicht die Ehre oder der verstorben Mutter verletzen? Würde ich sagen, du wirst dich aus meinem Blut. Doch, Vater. Ich bin sehr wohl aus Ihrem Blut. Von Ihnen habe ich gelernt, meinen Körper zu korrieren. Seine Quelle zu entdecken. Betrachte diese Lektion als ein großes Glück, als ein kostbarer Schatz, ein Mohamed. Wieso redest du mit deinem Vater? Ihre Drohung hat mir mal eine Antwort diktiert. Wenn Mutter plötzlich im Grab wohnt, könnte sie nicht so reden hören. Dann dreht sich nichts über! Mein Herz. Und schreie. Der Mufti von der Scham hat auch das Blut aller Prostituierten zu vergießen. Besonders das dieser Prostituierten, die einmal zerheißt. Sie hat Sünde in die Herzen der Menschen gebracht. Der Mufti von der Scham verbietet einer Frau ihren Schmuck zu tragen. Und dass ihre Kleidung frei zu weg sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und schreie. Sie hat eine Frau an. Sie hat drei Jahre alt. Sie hat sich die Böcke zurück an. Einmal für eine Frau den Brot. Und sie hat sich die Frau vom Hof an und eine Frau, die sich всех, die auch etwas kennenlernen voranleben. Sie hat geradeial ge SUBSCRIBE auf den KB Sport. Sie hat sich zerstört die Frau angenehmt aber noch ein paar Jahre. Sie hat sich nur, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau das täglich in der Schmuck. Sie hat sich immer ganz klar. Sie hat sich auch eine Frau den Schmuck, Sie hat sich tief in der Schmuck oder das Lektion her gemacht. Sie hat sich nicht mehr eine Frau oder ein Ha게 gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020